Ich kann nicht Nein sagen. Kennst du das vielleicht? Und es liegt nicht daran, dass du nicht das Wort Nein sagen kannst. Nein, das ist ganz einfach. Hallo, mein Name ist Marco, ich bin Gründer von Smile4Life und betreibe den Podcast Smile4Life, einfacher Leben und glaube, dass Glücklichsein keine Glückssache ist. Vielleicht bittet dich jemand darum, einen Gefallen zu tun und innerlich wünschst du dir, Nein sagen zu können. Du hast aber vielleicht Angst vor den Konsequenzen. Ich kannte das vor. Vielleicht durch Ablehnung, dass der andere mich nicht mehr mag. Dass ich eine Erwartung vielleicht nicht erfüllt habe. Und oft sind diese Dinge nur im modernen Kopf. Und trotzdem fällt es dir schwer. Ich möchte dir Folgendes mit auf den Weg geben. Jedes Mal, wenn du zu jemandem anders Ja sagst, sagst du zu dir selber Nein. Und wie komme ich aus der Nummer jetzt raus? Vielleicht fangen wir ja mit dem Schritt vor an. Bevor du Nein sagen kannst und jemand dich etwas fragt, atmest du ein und zählst leise bis vier. Und in dieser Zeit wird deinem Gegenüber vielleicht schon auffallen, vielleicht ist es meinem Gegenüber unangenehm. Und dann kannst du zur Not noch so etwas sagen wie Lieber nicht. Mir wäre es lieber, wenn. Es wäre mir, es ist mir unangenehm, da jetzt zuzustimmen. Vielen Dank. Tschüss.